Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 30.000 US-Dollar. Wir haben die 30.000 US-Dollar-Marke zurückgeerobert, trotzdem hatten wir wieder überhaupt kein richtiges Volumen im Markt. Wir haben kein höheres Hoch mittlerweile gebildet, also es hat sich im Endeffekt in der Struktur sehr, sehr wenig verändert. Bevor wir durchstarten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und wenn ihr Bock habt, klickt auf die Glocke, klickt auf alle und dann kriegt ihr immer wieder Benachrichtigungen, wenn ich irgendwas Sinnvolles poste oder jeden Tag ein neues Update Video. Ansonsten, wie gesagt, momentan bei ungefähr 30.000 US-Dollar, ihr seht es hier ganz gut auf dem 4-Stunden-Chart. Wir hatten gestern einen schönen Pump nach oben, sind dann wieder ein bisschen konsolidiert, hatten dann über Nacht nochmal einen Pump bis auf ungefähr 30.700 US-Dollar und seitdem hat sich wieder wenig getan, also wir sind eher weiterhin in so einer riesigen Seitwärtsphase, man sieht es hier ganz gut, mit diesen kleinen Fake-Outs übergeordnet, Seitwärtsphase einfach mit diesen kleinen Fake-Outs hier oben. Kein Fake-Outs bis jetzt nach unten, unsere Demandzone hält weiterhin, das ist erstmal das, was zählt. Ansonsten, seit langem mal wieder richtig in den 4-Stunden-E-Mail-Ribbons, die wir jetzt momentan versuchen als Support zu bestätigen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, zumindest für den heutigen Tag. Jetzt kommt natürlich das Wochenende, heißt wir bilden wieder ein neues CME-Gap im Laufe des Tages. Trotzdem, an sich Struktur, erst einmal nach so einer langen Konsolidierungsphase eher meines Erachtens ein bisschen abwärtsgerichtet, erst einmal zumindest, schaffen wir es jedoch hier mal ein Höheres hochzubilden, um die 31.420 US-Dollar, also über diese 4-Stunden-Supply-Zone drüber zu kommen und auch hier wirklich mal 4 Stunden closed mit ordentlich Volumen hier zu sehen, vielleicht auch eine Bestätigung, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir hier in Richtung des Bereichs von 34.000 bis 35.000 US-Dollar gehen. Hier liegt weiterhin das Golden Pocket und das ist der Bereich, den ich als sehr, sehr wichtig ersehe, sage ich jetzt einfach mal so, damit wir hier möglicherweise eine Trendwende sehen. Trotzdem, ich bin weiterhin übergeordnet, abwärtsgerichtet, einfach weil wir kein Höheres Hoch haben. Das ist zwar in dieser kleinen Struktur, hätten wir dann ein Höheres Hoch übergeordnet, müssen wir aber locker hier diese 40k rausnehmen, damit wir wieder ein Höheres Hoch gebildet haben. Somit die Struktur von Bearish auf Bullish stimmt. Deswegen kleinere Timeframes, momentan erst einmal Bullish, größere Timeframes weiterhin deutlich Bearish, mit weiterhin diesem Potenzial hier nach unten in den Bereich von 24.000 US-Dollar zu kommen. Ich möchte es sich abschreiben, vor allem jetzt übers Wochenende. Ich fliege heute wieder nach Zypern, das letzte Mal, die letzten zwei Male, als ich nach Zypern geflogen bin, immer ein 3K-Dump, also ihr wisst, was heute passiert, 3K-Dump würde ungefähr passen dann hier unten mit dieser Zone in den Spaß. So tief wollen wir jetzt erstmal nicht gucken. So, schauen wir uns mal ganz kurz die BTC-Longs an, ob sich da irgendwas geändert hat in den letzten Tagen. Auch hier absolute Seitwärtsphase. Also hier wird sich entweder auf irgendwas vorbereitet, weil so eine krasse Seitwärtsphase hatten wir hier ewig nicht mehr. Also hier unten in dieser Phase am Anfang April, dass wir hier ewig seitwärts gelaufen sind auf dem 4-Stunden-Chart, aber hier oben auf so einem All-Time-High-Niveau vor allem, hatten wir das lange nicht mehr. Und das ist krass. Also hier wird sich auf jeden Fall auf den Move vorbereitet. Wenn wir jetzt nach oben hin ausbrechen sollten, vermute ich, dass die auf jeden Fall noch ein bisschen höher gehen, die Longs auf jeden Fall. Sollten wir nach unten brechen, dann wird es interessant, ob hier die geschlossen werden oder hier noch weiter nach oben explodieren. Also wir sollten die auf jeden Fall mal im Auge behalten. Schauen wir uns noch gleichzeitig den DXY nochmal dazu an. Auch dieser momentan so einen kleinen Boden gefunden. Wir können es hier mal ein bisschen mit Demand und Supply probieren. Erst einmal Support gefunden, 200 S&R hier unten beim 102er. Auf jeden Fall mal einen Blick behalten, ob wir hier vielleicht wieder Reversal sehen oder dann auch vielleicht so eine Bildung von einem Doppeltop. Aber es ist ein bisschen zu früh, es sieht schon mal gut aus, aber wir haben jetzt erst mal Support gefunden. Danach kann es aber relativ flott nach unten gehen, so um die 100 Punkte auf jeden Fall, wo ich dann als längerfristiges Ziel auf jeden Fall erst einmal ansehe. So, schauen wir uns Ethereum an. Gleiches Spiel auch hier, übergeordnete Seitwärtsphase, kein Volumen im Markt. Wir hatten hier so einen kleinen Volumenpeak, so wie bei Bitcoin. Also ihr seht, Volumen und Charts im Endeffekt 1 zu 1 wie bei Bitcoin hier. Wenig Veränderung. Wir haben die ersten Wicks hier drüben schon mal geholt, gestern noch im Laufe des Tages. Trotzdem, dieser Wick auf 1700 US-Dollar bleibt weiterhin drin. Übergeordnete Seitwärtsphase. Ansonsten müssen wir auf jeden Fall kurzfristig die 2200 US-Dollar durchbrechen. Möglicherweise mit einer Bestätigung des Monats S2, um dann weiter nach oben hin zu steigen. So, aber auch hier gilt, wir sind weiterhin übergeordnet deutlich bearish aufgrund dieses Hochs hier oben bei ungefähr knapp 3000 US-Dollar. Solange wir nicht über die 3000 US-Dollar kommen, sind wir meines Erachtens bearish. Auch wenn wir hier die 4 Stunden EMA Ribbons nach oben hin durchbrechen, schauen wir uns mal noch ein Daily ganz kurz an. Auch hier die Daily EMA Ribbons momentan bei 2600 US-Dollar. Das wäre so der erste Schritt. Sollten wir da mal drüber kommen, dass wir leicht bullish wieder werden. Denn ansonsten absoluter Downtrend, kleiner doppelter Boden auf dem Daily-Chart momentan zumindest, der sich hier ausbilden könnte. Dafür ist der Tag aber noch viel, viel zu jung. Müssen wir auf jeden Fall abwarten, so bis wir auf jeden Fall beim Monats S2 sind. Dann hätten wir einen kleinen doppelten Boden. Preisziel wäre bei ungefähr 2400 US-Dollar, weil ich diese Wicks hier unten einfach nicht unbedingt mit einbeziehen würde. So, schauen wir uns noch ein paar Altcoins an. XRP, gleiches Spiel auf dem Daily, möglicher doppelter Boden. Ist mir aber ein bisschen zu schnell gefasst, auch hier übergeordnete Seitwärtsphase. Was hier noch interessant ist, wir sind auf jeden Fall noch in einem klaren Downtrend. Also wir haben noch kein höheres Hoch gebildet. Dieses Hoch müsste normalerweise rausgenommen werden, die 0,44 Dollar auf den kleineren Timeframes. Plus die 4 Stunden EMA Ribbons, da wurden wir jetzt erstmal rejected. Nach unten hin hat die Supportzone, huch, die ist ein bisschen verschoben. So, hat nicht gehalten, sind wir auch durchbrochen. Also hier schön, Swing-Failer-Pattern unter die Supportzone. Kurz drunter die Stop-Losses gefischt und dann nach oben. Was auch ein gutes Zeichen ist, wir haben hier dieses kleine Void gefüllt, was wir bei XRP gebildet haben. Dieser Bereich hier drüben mit dem ordentlichen Pump nach oben. Der wurde jetzt gefüllt. Jetzt kann es eigentlich nach oben gehen, aber kurzfristig müssen wir dafür einfach ein höheres Hoch bilden, damit die Struktur sich zumindest in kleineren Timeframes ändert. Sollten wir es schaffen, auch hier über diese Zone bei 0,47 Dollar zu gehen, dann kann es relativ flott hier in dem Bereich zwischen 0,53 und 0,55 US-Dollar kommen. Dann sieht es auf jeden Fall schon mal besser aus. Ansonsten erst einmal abwärts gerichtet, Volumen deutlich abfallend. Wir haben noch keine richtigen Divergenzen hier im Chart, außer dass wir hier höhere Hochs im RSI bilden, aber tiefere Tiefs dafür im Chart. Erst einmal kein gutes Zeichen, aber gut, müssen wir über die Dauer erst einmal beobachten. So, was können wir uns noch anschauen? FTM habe ich auch lange nicht mehr im Video gehabt. Auch hier klare Seitwärtsphase eincoinen, den ich auf jeden Fall nachgekauft habe. in letzter Zeit ziemlich viel akkumuliert habe. Auch hier Seitwärtsphase, tiefere Tiefs, beziehungsweise leichte Seitwärtsphase hier mit einem kleinen Symmetrical Triangle. Hier müssen wir auf jeden Fall ausbrechen. Ansonsten für mich eher so Spotkauf. Sollten wir es zur Not schaffen, hier bei 0,43 Dollar oder sogar hier ein höheres Hoch zu bilden, kann ich mir vorstellen, sogar einen Trade aufzumachen. Ist zwar sehr, sehr risikoreich, aber das Potenzial, sage ich mal, sobald wir hier drüber kommen, ist relativ hoch, dass wir hier auf jeden Fall zwischen 30 und 40 Prozent pumpen könnten. Das innerhalb kürzester Zeit. Das ist das Schöne an so kleinen Voids. Die werden früher oder später meistens gefüllt. Plus dort ist wenig Liquidität vorhanden. So, schauen wir uns doch Avalanche an. Auch hier etwas enttäuscht sogar, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat sich den ganzen Bullenmarkt, um das hier mal ein bisschen nochmal zu vergleichen, sehr, sehr gut gehalten. Hier immer zwischen 60 und 100 US-Dollar, sage ich jetzt mal so grob. Und momentan bei 30 US-Dollar. Also auch das, so ein Coin, den ich auf jeden Fall noch im Blick habe, den ich mir noch für Akkumulation und sonst irgendwas noch ein bisschen raussuche, wahrscheinlich für Spotkäufe. Einfach, weil er so gut performt hat und das Projekt auch nicht schlecht ist. Auch hier erst einmal guter aufsteigender Support momentan, auch wenn wir hier zwei Berührungspunkte hatten. Trotzdem, wir haben es noch nicht geschafft, hier ein höheres Hoch zu bilden. Also auch hier erst einmal ein bisschen Konsolidierungsphase, bis wir hier wirklich die vier Stunden E-Mail-Ribbons nach oben hin durchbrochen haben. Ansonsten, ich weiß nicht, schreibt doch einfach mal eure Altcoin-Wünsche unten in die Kommentarspalter. Dann können wir morgen mal ein bisschen mehr über Altcoins quatschen, weil bevor ich hier euch immer Altcoins erzähle, die euch vielleicht nicht interessieren. Wobei, Litecoin, können wir uns auch ganz kurz angucken, Litecoin ja einer meiner Favoriten. Wie ihr wisst, diesen Dock, den ich hier eingezeichnet habe, bin ich immer noch der Meinung, dass dieser gefüllt wird, auf jeden Fall früher oder später. Hier sieht es vor allem ein bisschen besser aus. Wir bilden hier auf jeden Fall schon mal höhere Hochs, auch wenn wir hier jetzt einen kleinen Week drunter hatten. Ansonsten, Seitwärtsphase. Sieht man hier wirklich ganz gut, einfach eine krasse Seitwärtsphase. Nichts wirklich zu tun, so wie bei Bitcoin. Wobei Litecoin immer noch, wie gesagt, einer meiner Favoriten ist und ich bei 70 Dollar vor allem noch ordentlich akkumulieren werde für einen möglichen Bullenmarkt in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren. Schauen wir mal, wie ist eure Meinung dazu. Ansonsten würde ich sagen, noch ganz kurz die News. Schickt Nordkorea IT-Spezialisten zur Spionage in die USA. Was da wieder für News rauskommen. Wenn euch der Artikel interessiert, schaut auf jeden Fall bei CryptoGuru vorbei. Ansonsten würde ich sagen, beenden wir das Video hier mit. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen, angenehmen Tag. Wir hören uns morgen früh wieder mit neuen Hintergrund. Hoffentlich nicht verbrannt oder sonstiges. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. und die Glocke und ansonsten, wie immer, stay crypto und bis morgen und ciao, ciao.